Wir befinden uns hier auf dem Romoberg im Kanton Bern. Ich heisse Werner Ebi und bin vom Customer Field Service Team. Ich führe hier eine Kontrolle an einem Freileitungsmast durch. Jährlich kontrollieren wir ca. 47'000 Masten in der Schweiz, die vorwiegend in ländlichem Gebiet stehen. Als erstes begutachte ich den Masten auf äussere Schäden, zum Beispiel Spechtloch oder Insektenbefall. Anschliessend klopfe ich den Masten bis auf eine Höhe von 2 Meter ab. Durch das Klopfen höre ich, in welchem Zustand das Holz sich befindet. Wir hören hier einen hellen Ton, das heisst, das Holz ist in einem guten Zustand. Wir stossen den Masten in Leitungsrichtung. Durch ein Knacken wäre das ein Anzeichen von Fäulen. Die wichtigste Kontrolle folgt jetzt mit dem Holzprüfgerät. Wir machen jetzt drei Bohrungen. Die erste ist die Durchmesserbohrung, um den Durchmesser des Mastes zu ermitteln. Danach folgen zwei weitere Bohrungen. Im 30 Grad Winkel in der Tag-Nacht-Zone. Die zweite Bohrung ist um 90 Grad versetzt. Wir sind jetzt mit den Bohrungen durch und auf dem Holzprüfgerät wird das Ergebnis als gut angezeigt. Wenn der Masten faul wäre, würde ich mit der Spraydose ein schwarzes Kreuz an den Mast machen. Bei halb faul einen schrägen Strich. Jetzt sind alle Kontrollen durchgeführt und die Messresultate vom Prüfgerät werden auf mein Tablet in meine App der Poolinspektor übertragen. Nebst dem Poolinspektor habe ich noch den Linienplan zur Verfügung. Da ist ersichtlich, in welche Richtung die Leitung führt. Wir befinden uns da, wo der rote Punkt ist. Wie man sieht, verläuft die Leitung auch durch unwegsames Gelände. Dies kann sehr anstrengend sein, sodass man abends müde ist und gut schlafen kann. So, jetzt habe ich die Kontrolle an dem Masten ausgeführt und jetzt kommen die nächsten 30 Stück.